Und dann gibt es hier mal eine Runde. Ein Euro Einsatz. Oh, das macht vernünftiges. Ach, nicht doch. Oh, das ist doch vollet hier. Macht er nicht. Noch mal drei. Naja. Und hier gibt es mal Bücher. Mal schauen, was sie uns bringen hier. Aber es wird vernünftigt. Oh, was sie dann voll machen würde. Drei, naja. Ui, 80. Sehr schön. Erfüllt sich unser Bankspeicher. Und die Nummer 10. Bleibt dabei. Und hier eine Runde Bücher. Ein Euro Einsatz. Alter, die schon richtig hinsortiert. Das hätte er schon gezündet. Ui, da ist er. Zwei. 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 Jedes Mal nötrichst du bisschen mehr raus. Musik N évidemment, das war ein paar Jahre raus. Und hier kommen Bücher rein. Zwei Stück von Ab między Atomisine. Okay. muss auch schon drinnen Geizkragen und die nummer 10 anstandshalber bringt er noch zwei ganz großes kino und hier kommen bücher rein 1 euro einsatz zeig mal was was schönes bekommen hier das ist ja fast wie die Zehen das ist ja fast wie die Zehen jawohl geht doch naja dann sieht er schon besser aus und die nummer 10 bleibt dabei und hier kommen mal freie spielereien 1 euro einsatz 15 stück wow sehr spendabel das sieht schon besser aus 122 sehr schön das ist ja fast wie die Zehen er erfüllt sich 9er und die nummer 30 sehr schön und hier kommt mal eine runde load of the ocean 1 euro einsatz und was hat er was hat er uuuuuh der Chef tja müsste er nur noch kommen einer reicht nicht jans davon vier oder fünfer das wert so es kommt schon dann macht er wenigstens drei kommt schon letzte chance schade nur noch einer zarte 18 euro dann gibt es mal hier wieder eine runde multi world 2 euro gucken ob bei uns was schenkt oder nicht schon mal ein fall für die karte oder jawohl so ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Äh! Falsche Richtung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, dann schauen wir mal noch eine Runde weiter. Und wir gucken mal, ob wir hier was abstauben können. Vier Euro Einsatz. Los geht's. Vielleicht gibt's ja mal ein paar Freispielchen. Oder ja, irgendetwas anderes schönet. Das war's für heute. Was kommt, bastel mal drei zusammen hier. Das war's für heute. Was ist hier? Turbo buchen möglich. Na! Knapp daneben. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Dann würde ich gerne mal sagen, schauen wir mal woanders rein, das zündet hier nicht wirklich. Und mal eine Runde Burning Heat, los gehts. Dreimal den Feuerspucker brauchen wir mindestens, einer reicht nicht. Okay. 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 So. Mm-hmm. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, 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 keine drei Häute. Dann halt nicht. Und hier gibt es mal eine Runde Freispiele. Ein Euro-Spieleinsatz. Und hier haben wir mal fünf hier sehen. Verlängerung. Ne, macht er nicht, schade. Dann schauen wir doch mal bei Faust rein. Ein Euro-Einsatz. Das ist doch oder so, was das nie kommt. Oh, echt ey. Und tatsächlich noch eine Verlängerung. Ich mach mal zwei Puzzle da zusammen. Oh, wie kann man so gänzig sein? Ich bin nur relativ sonnig. Nee, ist ja nicht wahr. Richtig übel. Richtig übel. Lange nicht so eine schlechte Beispiele ihr habt hier. So.